Tanja Schewschenko hat ihrem Ehemann Norman im Netz eine rührende Liebeserklärung gemacht. Doch ihre Follower innen stören sich an dem Beitrag, aus einem bestimmten Grund. Tanja Schewschenko, 45, und ihr Ehemann Norman Jeschke, 44, haben derzeit alle Hände voll zu tun. Vor wenigen Wochen hat die ehemalige Eiskunstläuferin bekannt gegeben, dass sie mit ihrem Partner sowie den gemeinsamen Kindern, Tochter Jona, zwölf, und den Zwillingen Leo und Luis. 2. Nach Dubai auswandern werde Vor dem Umzug muss natürlich allerhand organisiert werden. In dieser aufregenden und turbulenten Zeit ist die dreifache Mutter froh, Norman an ihrer Seite zu haben, wie sie nun betont. Tanja Schewschenko widmet ihrem Norman rührende Worte. Auf ihrem Instagram-Account postet Tanja Schewschenko zwei Bilder von sich und Norman, auf denen sie mit Werkzeugkästen in ihrem Noch-Zuhause-Zugange sind. In ihrem Beitrag merkt die ehemalige Profisportlerin an, dass sie und Norman nicht nur damals beim Paarlauf auf dem Eishand in Hand zusammengearbeitet hätten. Auch jetzt könne sie weiterhin auf ihn bauen. Wir verstehen uns immer noch ohne Worte, haben bei Tätigkeiten den gleichen Rhythmus und können uns auch immer noch 100% aufeinander verlassen. Mir fällt das gerade jetzt wieder sehr stark auf. Wie eine Einheit verfolgen wir gemeinsam unsere Auswanderungspläne. Stehen uns nicht im Weg, sondern stützen uns an jedem einzelnen Tag, schreibt die 45-Jährige. Und weiter. Wir lachen egal wie müde wir sind und wissen, was wir jeweils an dem anderen haben. Wir sind beide gleichermaßen verrückt, spontan und abenteuerlustig und wissen meistens schon vorher, was der andere gleich sagt, möchte oder vorschlägt. Zick, das habe Schewschenko einfach mal loswerden müssen. Fans haben gemischte Reaktionen auf ihre Liebeserklärung. Das liebevolle Posting von Tanja Schewschenko wird von ihren FollowerInnen auf unterschiedliche Weise wahrgenommen. Während einige UserInnen die Ehe der Ex-Sportstars als großartig betiteln und den Instagram-Beitrag bewegend finden, äußern andere Kritik. Letztere scheinen sich allerdings weniger an Tanjas Worten. Sondern an den Schnappschüssen zu stören. Ich folge dir schon eine ganze Weile, weil du mir einfach sympathisch bist. Aber können eure Bilder nicht mal wieder natürlicher werden? Es wirkt alles nur noch gestellt und ich finde, das passt echt nicht zu euch, schreibt eine Nutzerin. Dieser Meinung schließen sich weitere FollowerInnen an. Vielen Dank.